Herzlich Willkommen auf der offiziellen Seite von Neurotango. Neurotango ist ein offizielles europäisches Tango-Therapie-Konzept und eine eingetragene Wortmarke. Ich bin die Entwicklerin des Konzeptes Simone Schlafhorst und die Buchautorin von Neurotango, Prinzipien der Tango-Therapie. Außerdem bilden wir europaweit Neurotango-Praktischende aus. Das sind Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten und auch Coaches aus den verschiedensten Bereichen, die zu ihrem Arbeitsfeld die Tango-Therapie mit hinzugewählt haben. Die einfachen Tools von Neurotango machen es jedem auch ohne Musik- und Tanzkenntnisse möglich, dieses umzusetzen. Wir werden auch weiter unsere Neurotango-Ausbildungskurse anbieten dieses Jahr, allerdings in Hybrid-Seminaren. Dies bedeutet, Sie können das Seminar sowohl online besuchen und Ihr Zertifikat online machen, als auch in Präsenz, wofür dann vorher ein negativer Covid-Test notwendig sein muss. So, das sind die Informationen in Kürze. Also ich hoffe, dass ich Sie bald bei all meinen Seminaren begrüßen kann. Bitte bleiben Sie gesund. Und alles Liebe, Ihre Simone Schlafhorst.